Hi, ich bin Jan Zickler. Ich mache die Ausbildung zum Pflegefachmann hier in St. Josef in Derne und würde euch jetzt einfach mal mitnehmen, weil ich es liebe Menschen etwas zurückzugeben und die Arbeit hier auch einfach mega Spaß macht. Man bekommt nur positive Rückmeldungen eigentlich. Also die Grundvoraussetzung ist auf jeden Fall ein Hauptschulabschluss nach Klasse 10. Wir haben verschiedene Blöcke, einmal den Theorieblock und den Praxisblock, aber das variiert immer. Hauptsächlich eigentlich die Anatomie, weil der menschliche Körper einfach faszinierend ist. Dass ich jeden Tag neu herausgefordert werde, also es wird nie langweilig. Ja, im ersten Moment natürlich erstmal Ruhe bewahren und ich als Auszubildender habe natürlich das Privileg, dass ich ein super Team immer hinter mir stehen habe und mit denen spreche ich dann natürlich. Und wie gefällt Ihnen das? Ich liebe den Job. Also es macht mir wirklich Spaß. Man muss ja, man muss mit Herz und Seele vollem Körpereinsatz dabei sein. Ich würde es auch immer wieder machen. Ja, auf jeden Fall sollte man offen sein, weil man oft mit Sachen konfrontiert wird, mit denen man gar nicht rechnet. Die Dauer der Ausbildung, weil sie meiner Meinung nach viel zu kurz ist für das, was wir eigentlich lernen müssten. Eine ganz, ganz tolle Rückmeldung war total niedlich. Jedes Mal, wenn ich in das Zimmer der Bewohnerin reingekommen bin und sie meine Stimme gehört hat, dann hat sie immer gesagt, mein Sonnenschein. Und das war wirklich, das war echt mega süß immer. Ich identifiziere mich einfach damit. Ich habe schon immer gerne anderen geholfen. Und hier merke ich einfach noch mehr, dass es auch wirklich was bringt, wenn ich helfe. Schön, dass ihr uns in unserem Alltag begleitet habt. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch natürlich irgendwie weiterhelfen und eure Fragen weitestgehend beantworten. Und wir freuen uns auf eure Bewerbung. Bis bald. Ciao, ciao.